Willkommen beim Digital Banking der Commerzbank. Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte, wann und wie es Ihnen passt. Per App, am Computer oder auch am Telefon. Zeitsparend, sicher und bequem. Den Kontostand überprüfen, Überweisungen tätigen oder Wertpapiere verwalten. Egal wo Sie sind, der Privatmodus in unserer Banking-App verhindert dabei unerwünschte Einblicke in Ihre Aktivitäten. Und wenn Sie keine App nutzen möchten, erledigen Sie Ihr Banking am Computer oder per Telefon. Wie das geht? Ganz einfach. Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Digital Banking beantragen Sie auf unserer Homepage oder in der Filiale. Diese erhalten Sie per Post, zur Sicherheit in zwei separaten Briefen. Diese Zugangsdaten gelten dabei einheitlich für alle Kanäle. Für unsere Apps, das Online-Banking und am Telefon. Zuerst kommt das Begrüßungsschreiben mit Ihrer Teilnehmernummer und der persönlichen Fototan-Aktivierungsgrafik. Darauf folgt der zweite Brief, der Ihre PIN enthält. Sozusagen das Passwort für Ihr Digital Banking. Jetzt benötigen Sie nur noch unsere Fototan-App, um die Anmeldung abzuschließen. Zum Download und zur Aktivierung folgen Sie schlicht der Anleitung im Begrüßungsschreiben. Die Fototan-App ist ganz einfach in der Bedienung und bietet Ihnen dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Darüber hinaus wurden wir von Focus Money als sicherste Online-Bank 2021 ausgezeichnet. Mit Ihrer Teilnehmernummer, PIN und der Fototan-App können Sie sich nun auf Commerzbank.de im Login-Bereich anmelden und eindeutig authentifizieren. Jetzt ist Ihr Online-Banking vollständig eingerichtet. Und wenn Sie künftig zum Beispiel Überweisungen am Computer oder Zahlungen per Kreditkarte tätigen möchten, erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone, dass ein neuer Auftrag zur Freigabe vorliegt. Öffnen Sie dafür die Fototan-App, prüfen die angezeigten Auftragsdaten und geben den Auftrag mit nur einem Klick frei. Um Ihre Bankgeschäfte noch einfacher, nur mit dem Smartphone abzuwickeln, benötigen Sie neben der Fototan-App noch unsere Mobile Banking-App. Nutzen Sie hier ganz einfach dieselben Anmeldedaten nach dem Download. Benötigte TANs werden so mit einem Klick sicher, schnell und unkompliziert per Push-Funktion von einer App in die andere App übertragen. Als Alternative zur Fototan-App können Sie kostenpflichtig ein Fototan-Lesegerät nach Hause bestellen. Alle Informationen und Hilfestellungen zum TAN-Verfahren erhalten Sie in Ihrem TAN-Aktivierungsbrief. Und natürlich sind wir bei Fragen immer telefonisch für Sie da. Durch einen authentifizierten Anruf sind Sie auch hier auf der sicheren Seite. Dazu geben Sie einfach die numerische Teilnehmernummer und die PIN über die Telefontastatur ein. Schneller geht das mit einem Anruf direkt aus der Commerzbank-Banking-App heraus. So sparen Sie sich die Eingabe Ihrer Daten und können direkt authentifiziert anrufen. Probieren Sie es aus. Digital Banking. Einfach, sicher und bequem. Jetzt anmelden unter commerzbank.de slash digitalbanking.